Naja, noch, ne? Würde ich mal behaupten. Okay, ansonsten ist hier, glaube ich... Ansonsten ist hier, glaube ich, im Keller nichts. Okay, wir haben die Brechstange, also werden wir mal... Ich muss mal eben... Entschuldige bitte, aber... Die Musik ist gerade sehr laut. Ich werde mal ein bisschen die, äh... Die Musik mal etwas runterdrehen, weil die ist mir doch ein bisschen zu laut. So. Dann benutzen wir mal das Brecheisen und schauen mal, was in der Kiste sich befindet. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Und das haben die nicht gesehen, wie sie, äh... Die Leiche geborgen haben, oder wie. Der Leichnam von Rangton ist, äh... Seltsam gut erhalten, er ist schon fast bereit für seinen öffentlichen Auftritt. Ja. Ich kann den benutzen. Das ist wunderschön. Okay, bevor ich jetzt die Waffe einsetze, lese ich mal eben... Oh mein Gott! Liebe Sarah, gemäß der beigefügten Kopie trug Remington spezielle Accessoires. Diese sind nicht in der Kiste. Statt Captain Remington vor der Eröffnung der Ausstellung mit... Achso, statte Captain Remington vor der Ausstellung mit allen Gegenständen aus. Professor Homeless. Äh, Homeless. PS. Ich hoffe, du hast das andere Paket von mir auch erhalten. Behalte sie in deinem Büro, bis du herausfinden... herausgefunden hast, wie man sie öffnet. Hm, ein Intermesser und eine Pistole. Ja, die Pistole haben wir. Okay, ich glaube, die... Kann das sein? Achso, die Kette kriegt er noch, ne? Da müssen wir noch mal zurück. Also, dieses Spiel wird bestimmt noch viel, viel besser. Warte mal, das wird bestimmt noch... Wenn wir das erste Filmbild haben, ich freue mich schon so drauf. So, dann gehen wir mal den Stein einlegen. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, diese Animation. Unglaublich. Die Geo-Casing hat die Kette als seine eigene. Unglaublich. So, wir haben die Kette auf. Und setzen mal die Kette ein. Hm, hm. Mom, du weißt, ich bin Angst vor dem Dunkeln. Hm. Können Sie die Fuseboxen checken? Hm. Im Keller sind aber keine Fuse. Du Fuse. Ein Stromausfall. Anscheinend ist der Sturm weiter auf das Festland gezogen. Ganz wie unser Captain Remington hier. Hm, 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 hm. Sag mal vorausschauend, oder was? Was? Voraussehend? Äh, vorausschauend? Vorausschauend, äh, sagt man eigentlich. Ja, ich soll im Keller nach Fuse gucken. Ohne Strom kein Licht. Es ist so dunkel, um was zu sehen. Ich brauche Licht. Jetzt wird's lustig. Ich glaube, jetzt, ich glaube, jetzt. Ich glaube, jetzt wird das Spiel, glaube ich, richtig interessant. So, komm, hier. Notfall. Nein, das funktioniert. So, wir haben eine Axt. Eine Taschenlampe. Achso, und damit ist... Was hat sich das erlebt? Okay. Mit der Taschenlampe, denke ich mal, werden wir jetzt in den Keller gehen können. Benutzen wir... Uh. Uh, uh, uh. So, und wir haben ja... Aha. Ich hau mittags... Ich brauche jetzt was anderes. Ich hau mittags einfach in den Sicherungskasten. Okay, wir brauchen drei Sicherungen. So wie es aussieht. Eine blaue, eine rote, eine gelbe. Als wenn sie kein Handy hat. Ja, ich habe ja keine Ahnung, wann das spielt. Ich weiß es nicht. Da gab es wahrscheinlich nur, äh, Wahlscheibentelefone oder so. Das kann natürlich sein. Ähm, okay. Da müssen wir schauen... Ich schaue mal eben ins Inventar, äh, ins Büchchen. Durchgebrannte Sicherung. Der Sturm muss, äh, den Stromausfall verursacht haben. Ich sollte den Sicherungskasten im Keller überprüfen. Vielleicht kann ich es selbst reparieren. Ja, das hatten wir ja schon gesehen. Tapp wechseln. Hm, hm. Sicherungskasten überprüfen und reparieren. Wenn möglich. Das ist... Das klingt wie bei mir auf Arbeit. Wenn möglich. Keller. Wo kriegen wir denn jetzt Sicherung her? Wir können... Ausstellung. Gibt es denn hier noch irgendwie... Ja, das haben wir schon gelesen. Das hatten wir auch schon. Du musst die Fuseboxen checken, Mom. Ja. Ich bin zu Angst, dass ich in der Basis in der Nacht gehen kann. Ja, ja, ist klar. Was für ein Spiel ist das? Äh, Wimmelbild. Es ist, ähm... Ich weiß nicht, wer, äh... Say it in, 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 in Englisch. Äh... Das hatten wir schon gelesen. Telefon geht nicht. Haben wir schon rausgefunden. So, ist hier noch irgendwas... Ach, da ist sowas drunter. Eine verzierte Schmuckschatulle. Es sieht so aus, als bräuchte man für diese vergoldene Schloss einen besonderen Schlüssel. Eine Axt zum Beispiel. Damit ich sie kaputt haue. Nein, gibt's auch nicht. Okay. Hm. Ich glaube, du musst in den Keller und nach rechts oben. Okay, wir schauen mal. So, in den Keller. Gehen wir mal in den Keller und dann rechts oben. Ah, Tatsache. Unser erstes Wimmelbild. Ach, du Scheiße. Alter, mit Taschenlampe. Willst du mich verarschen? Ähm... So, Objektliste. Vollständige Briefmarkensammlung. Äh... Weihnachtslichter. Eintrittskarten. Zwei brauchen wir davon. Feuerlöscher. Sicherung. Malerpinsel. Schallplatte. Brecheisen. Klebewand. Ja, schauen wir mal. So, was haben wir denn? Da haben wir schon mal die Sicherung. Ich versuche mal so ein bisschen, erst mal selbst zu lösen. Und wenn ich dann nicht weiter weiß, dann schaue ich mal. Dolch. Und eine Brille. Dolch. Guck mal, Nummer 5 lebt. So, Brille, Klebeband. Mhm. Da ist schon mal der Feuerlöscher. Ach, ja, natürlich. Genau. Ist, äh, ist klar. So. Brecheisenbrille. Foto. Foto, Foto. Da ist ein Foto. Das... Ah, das... Ach, ich muss das jetzt noch kombinieren, oder was? Mit... Was denn? Ich... Ach, nee, das ist eine Briefmarke. Kann ich das zurücklegen? Okay. Vollständige Briefmarkensammlung. Muss das hier vielleicht hin? Ah, drei Briefmarken fehlen. Okay, warte mal. Ah, ist ja interessant. So. Was brauchen wir noch? Malerpinsel. Das ist Malerpinsel, denke ich mal. Schallplatte. Klebeband, Brecheisen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Brecheisen, Brille. Wo ist denn die Brille? Klobrille. Ach, hier. Natürlich. Ach, guck mal an. Also, wenn ihr was seht, könnt ihr ruhig reinschreiben in den Chat, dass, äh... So, was machen wir? Dol... Ist hier der Dol... Da... Ne, das ist ein Schraubenzieher. Ja. Oder? Ich glaub schon. Aber ich will nicht unbedingt klicken. Ähm... Foto brauchen wir noch. Brecheisen, Schall... Ach, hier ist die Schallplatte. So. Ich suche mal an das Brecheisen. Ja, super. So, Brille, Klebeband. Klebeband, Br... Und Brecheisen. Und Eintrittskarten. Briefmarkensammlung haben wir ja fertig, ne? Weihnachtslichter. Sind das Weihnachtslichter? Da sind Weihnachtslichter. Dolch. Wir sind... Das Brecheisen unten beim Eimer. Ähm... Ach, hier! Ich bin so blind. Das ist... Aber hier ist noch mal voll Spaß. Das macht voll Spaß mit euch. So. Ja, hab ich gesehen. Danke. Ähm... Dolch und... Aber wo ist denn hier... Wo ist denn hier ein Foto? Wo ist hier ein Dolch? Oder ist das ein... Ne, das ist ein Schraubenzieher. Nein, das ist... Äh, nein. Und wo ist das Foto? Habe den Dolch. Ja, sag mal. Ich find den nicht. Hier ist jetzt die Harmonika übrigens auch. Und wo ist das Foto vor allen Dingen? Was? Interagieren? Warten. Natürlich. Ich muss mich selbst fotografieren, um das Foto zu bekommen. Mhm. Müsste der links sein? Links? Mit dem Kopf drauf. Das hier? Nein. Links sein? Mit dem Kopf drauf? Links? Links? Das ist doch kein Dolch. Das ist ein Gehstock. Alter. Und das ist ein Brett. Das ist hier ein Brett. Das ist doch kein Dolch. Aber ich seh bei euch ein Dolch aus. Ein Dolch ist drei Meter lang. Meiner auch. So. Ach, natürlich. Genau. So. Jetzt haben wir den Dolch. Der lag hier drauf. Hier war noch so ein Tuch. Was noch abgedeckt werden muss. Das ist faszinierend. Vor allem, wie man hier eingeleitet wird ins Spiel. Jetzt müssen wir noch zusammen gucken. Wo sind die Eintrittskarten? Ist das eine Eintrittskarte? Da ist es eine Eintrittskarte. Jetzt ist die Frage, wo ist die andere Eintrittskarte? Eintrittskarte. Ich frage mich. Wo ist die Eintrittskarte? Alter, zehn Zuschauer schauen sich das an. Alter, es ist hier seit wahnsinnig viel Liebe. Ich muss noch was trinken. Moment. Also. Ist das hier? Und was bekomme ich? Gut gemacht. Du hast einen nützlichen Gegenstand gefunden. Sicherung. Yeah. So. Jawohl. Haben wir. Super. Das Spiel ist der Knaller. Das ist... So. Wir brauchen die Sicherung. Ich lege die Sicherung erstmal in den... In das Fach. Dann kann ich sie richtig einsetzen. Boah, wie hübsch ist sie noch sortiert, ne? Wow. Ist das fordernd. Entschuldige, aber das Spiel ist so geil. Das macht so viel Spaß. Yes. Die Power hat gestorben. Der Chat ist so verzögert. Ja, ich könnte eigentlich theoretischerweise... Ich könnte mal eben... Ich weiß nicht, ob das funktioniert, während ich gerade streame. Ich kann die Verzögerung einstellen. Warte mal eben. Da muss ich aber erstmal... Wie war das nochmal gewesen? Oh gut. Ich kann die Verzögerung nämlich kürzer stellen. Aber dann ist aber nicht gegeben, dass einige Leute vernünftig gucken können. Wieso kann ich denn hier nicht auf die Einstellung gehen? Wo gehe ich denn nochmal auf die Stream-Einstellung hier bei Twitch? Ähm. Wo ist denn das nochmal gewesen? Oh Gott. Bearbeiten? Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo war denn das nochmal? Shop, Partner, Hilfe, nee, Werbung, nee, äh, hä? Ach hier, Einstellung. Da ist es jetzt. Das haben sie ein bisschen abgeändert. So, warte mal. Es geht sofort weiter. Kleinen Moment. Muss mal eben, äh, ich glaube mal Kanal war das. Kanal und Videos. Und dann mal eben... Ich weiß nicht, ob das im Stream geht. Da müsstet ihr mal den Stream auch dann gleich aktualisieren. Da, Stream-Verzögerung reduzieren. So, hier steht auch extra. Hm, wenn Interaktion mit dem Chat, dein Stream im Fokus steht, empfiehlt es sich, die Option verringerte Verzögerung zu nutzen. Zuschauer sehen hier eine Reaktion auf ihre Nachricht früher, aber einige von den Zuschauern mit langsamer Verbindung werden mehr Verzögerung erdulden müssen. Ich mach das mal. Ich aktivier das mal. So, Änderung speichern. Warten auf Twitch. So. Hab ich gespeichert? Ja, hab ich. Jawohl. So. Ihr könnt das ja mal ausprobieren, indem ihr einfach mal was reinschreibt, wie lange ihr braucht. Ähm. Ich kann's nicht... Ich kann die Zeit nicht einstellen. Ich kann nur einstellen, Verzögerung verkürzen. Ihr könnt ja mal reinschreiben und dann selber mal oben auf die Zeit achten, wie schnell das jetzt geht. Ähm. Ihr müsst aber dafür, glaube ich, den Stream einmal aktualisieren. Ich glaube, damit das anerkannt wird. Chat-Räume? Ja, äh. Kanal-Chat. So, hier. Hier, Chat. Chat hier. So, Test. So. Wim, wim, wim. So, ich mach das auch mal eben. Test. Alter, wie schnell das geht. Alter Schwede. Na, keine Sekunde. Das ist ja nicht mal eine Sekunde. Das ist ja... Alter, das ist ja der Wahnsinn. So, warte. Ähm. Ich glaube, so ist besser, ne? Dauert immer noch ewig. Ne, bei mir ist... Ihr müsst den Stream aktualisieren. Ganz wichtig. Weil bei mir ist es eine Sekunde. Und für die Leute, die eine langsame Verbindung haben, äh, dauert es wahrscheinlich noch... Mom, komm hier, schnell! Nein, er ist weg. Ich kann nicht glauben, meine Augen. Die... Die... Die Showpiece rief einfach weg. Und er hat etwas in der Kratie, in der Schäfung. Sie stand doch die ganze Zeit da. Sie stand die ganze Zeit da beim Stromausfall. Wo ist er denn hingelaufen? heißt, keine neuen ABS- Ich habe dieseглядien. Ich werde mich besеди... Vielen Dank.